So, willkommen zurück. Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer zwei, Unterlagenbeschaffung. Unterlagen ist echt unterschätzt. Wir haben angefangen von Energieausweis, Grundbuchauszug, Altlastenauskunft. Es gibt oft noch Baugenehmigungen, eventuelle unklare Sachen. Oft muss man, oder vielleicht sagen wir es andersrum, wenn wir einen Maklerauftrag kriegen, verkaufte Immobilie, das erste, was wir prüfen, ist der Zustand, wie das Objekt steht und liegt, genehmigt. Meine persönliche Erfahrung ist, Dachgeschossausbau bei mehrfamilienhäusern, ich möchte nicht übertreiben, 80% ist nicht genehmigt. Das heißt, das ist zum Beispiel zu prüfen, was ist der Zustand laut Bauakte, was ist der Zustand, den ich vor mir habe. Wir haben so oft Garagen sind nachtlich gebaut Auto nicht genehmigt worden, Dachgeschoss ausgebaut worden. Umnutzung. Umnutzung von Wohnraum auf Gewerbe oder andersrum ist nicht eingetragen worden. All das steht in der Bauakte. Das heißt also, was wir zum Beispiel machen ist, Energieausweis, der ist oft nicht vorhanden. Nicht selten ist der schon abgelaufen. Der ist ja 2008 Pflicht, das heißt, die ersten sind seit 2018 abgelaufen, weil die zehn Jahre gültig sind. Energieausweis beantragen oder einholen. Dann wieder ganz wichtig, Bauakte. Unbedingt sicherstellen, habe ich irgendwelche Lasten auf dem Grundstück? Ist irgendwas ungeklärt? Oft haben wir auch, wenn wir mehrere Häuser im Inneren haben, dass zum Beispiel eine Heizung mehrere Häuser beheizt, dann ist die Frage, ist das Ding nicht gesichert? Gibt es dazu eine vertragliche Verpflichtung, wo auch dann später der neue Eigentümer das übernehmen kann, muss oder auch noch die Wärmeenergie geliefert kriegt? Solche Sachen muss ich anschauen. Ganz wichtig ist auch noch, Ausbauzustand ist ja genehmigt. Ganz wichtig, das ist auch immer Standard bei jedem Verkauf, Wohnflächenberechnung. Wir haben nicht selten diesen Effekt, dass Häuser wachsen. Ja, und zwar ist es so, dass man das verfolgen kann. Wir haben nicht oft so eine Aktenlage, aber es ist sehr oft so, wenn ich in ein Objekt, wo ich zwei, drei, vier Eigentümer geht, dass ich jedes Mal fünf bis zehn Prozent bei der Wohnfläche Wachstum habe, auf einmal. So, daher auch ganz wichtig die Wohnflächenberechnung. Es ist sehr unangenehm, wenn man einen potenziellen Käufer hat, man sehr weit fortgeschritten ist und dann feststellt, dass die tatsächliche oder die wirklich berechnete Fläche ganz, ganz stark abweicht von dem, was in der Crossé steht oder was wirklich angenommen wurde. Dann hat man sehr, sehr doofe Situationen, die teilweise auch kaum zu kippen sind oder mit viel Geld bezahlt werden müssen. Weil es ist so, der Interessent lässt sich im Zustand ein. Dieser sollte möglich im Exposé genauso beschrieben werden, wie der ist. Wenn man davon abweicht, wird es in der Regel immer nur mit einem Geldabschlag entgegengenommen oder in Kauf genommen, weil der Käufer einfach den Zustand für Status Quo ansieht. Und wenn ich alles, was ich davon mich verschlechtere, muss ich meistens durch einen Abschlag in der zu erwartenden Höhe der Kosten, die dieser Mangel darstellt, ja quasi nachgeben. Wenn ich von vornherein sage, Wohnfläche ist diese und ich kann die auch belegen, dann gibt es keine Diskussion. Wenn jemand das so in Ordnung findet, akzeptiert und dafür anfragt, dann hat er das für in Ordnung empfunden. Wenn aber auf einmal 10% fehlen, dann möchte er und wird in der Regel immer nachverhandeln, weil er sagt, okay, ich habe jetzt eine andere Fläche. Für mich ist entscheidende Mietfläche, die ich vermieten kann, die hat sich gerade geändert. Das heißt, wir müssen über den Preis sprechen. Das ist immer so. Daher ganz wichtig, Wohnflächenberechtigung unbedingt vorher reinsehen. Am besten, wer hat aus der Bauakte die holen, vom Architekten erstellt oder neu erstellen lassen, damit es keine böse Überraschung gibt. Dann, wie gesagt, der baulichter Zustand ganz wichtig, alles sollte genehmigt sein. Wenn es nicht genehmigt ist, muss man abwägen. Macht es noch Sinn? Habe ich die Zeit und Interesse nachzugenehmigen? Oder sage ich einfach, hier lieber Käufer, aber Dachgeschoss oder Garage oder wie auch immer, ist nicht genehmigt. Laut darüber sprechen, wie man das halt irgendwie verhandeln kann. Man kann das auch ohne weiteres so verkaufen und es ist auch oft so, wenn wir ein Objekt von einem unserer Kunden mit in Bestand nehmen, dass wir ganz oft haben Dachgeschoss nachgenehmigen, die Garage, die Anbauten nochmal nachgenehmigen und so weiter. Das geht alles. Also wir haben ganz selten, dass es nicht genehmigt wird. Es kostet halt nur. Das heißt also, ich brauche einen Architekten drauf. Dachgeschoss zum Beispiel ist eben das Thema, der zweite Rettungsweg, Anleiterfläche für die Feuerwehr. Die Fenster müssen Notfenster sein, also sprich, es gibt extra diese Dachflächenfenster von Velux, die man auch seitlich aufmachen kann, also die nicht nur so kippen, sondern seitlich als Notausgang fungieren. Die muss man beschriften. Da muss man von außen eine Treppe, eine Leiter hinstellen, Anleiterfläche für die Feuerwehr herstellen. Feuerwehr muss einmal rauskommen, muss es abnehmen. Denn in der Regel ist das alles machbar, aber es kostet Aufwand und Zeit und damit auch Geld. So, das ist auch ganz wichtig. Aktenlage muss sauber sein. Die Aktenlage muss am besten auch insofern sauber sein. Das heißt, die Wohnflächenberechnung, was ich zum Beispiel gerne gucke, wenn ich einen Kunden von uns irgendwas prüfen soll. Ich gucke die Wohnflächenberechnung an nach dem Architekten und letzte Heizkostenabrechnung zum Beispiel. Und ich habe sehr oft dabei große Abweichungen. Das heißt, wie ich gerade sagte, Objekte scheinen über Jahre zu wachsen. Insbesondere, wenn Eigentumwechsel stattfinden, dann haben die so einen Effekt, dass sie halt wachsen. Daher wäre ganz wichtig, Unterlagen schön, sauber, akkurat darstellen. Je besser ich die Vorarbeit leiste, umso besser und umso geschmeidiger ist nachher der Ablauf in der sogenannten Due Diligence Prüfung. Und selbst wenn ich darauf setze, dass der Käufer oder Interessent Erstkäufer ist und dass er davon gar keine Ahnung hat und dass er das nicht mal merkt. Man darf nicht vergessen, jede Immobilie wird finanziert. Spätens die Bank hat Fachleute, die solche Sachen im Schlaf entdeckt. Also von daher immer sauberer Aktenlage. Ich schreibe mal unten eine Liste hin von dem, was wir immer anfragen. Ich glaube, das sind 30, 30, 32 Punkte oder sowas an Dokumenten, die wir pauschal immer beim Verkauf immer sichten, aufbereiten, zusammenstellen, prüfen. Das ist wirklich ungemein wichtig. Wenn man das macht, dann hat man schon mal ganz gute Chancen für einen reibungslosen späteren Verkauf. So, und jetzt kommt Tipp Nummer 3. Hallo. Vielen Dank.